Heyo, 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 das ist ja unser'n Enf-RZ! Heyo, 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 heyo. Der Dory war eine aufgestellte, lustige, hilfsbereite Person. Er hat uns allen immer geholfen, allen Jungen vor allem. Ich weiss noch, als er auf den Zug gekommen ist, war er der erste, der mich und meine Vittichen genommen hat und geschaut, dass es mir gut geht. Er war dann noch 5 Jahre Captain beim EVZ. Er war ein richtiger Leader. Er hat immer geschaut, dass die Mannschaft sehr gut geht. Er war der, der immer gesagt hat, die Mannschaft ist im Vordergrund. Er hat immer seine Bedürfnisse zurückgestellt. Er hat sogar auch mal, als wir eine schlechte Phase hatten, einen Zauberkoffer gekauft. Er hat angefangen zu zaubern und so wieder geschaut, dass die Mannschaft gut geht. Er war wirklich ein richtiger Leader. Er war ein Vorbild. Darum möchte ich ihm auch nochmals sehr fest danken.